hallo zusammen aizocke hier in diesem video zeige ich euch die quest lufthochheit mit guter minne zum bösen spiel anzunehmen bei generalen starrstoß in aschkahit an dieser position vorquest war auf die zweite front ich werde mein volk schützen vorsicht nevobischer seidenballon minne getötet das sind diese minnen hier aber wir brauchen zuerst ein buff und zwar solch ein buff solch eine kugel fliegen hält acht sekunden und zwei eine sekunde nur sekunden okay das hat noch gezählt ihr habt gesehen erst buff fallen dann durch diese minnen fliegen dann zählen sie dazu wenn ihr durchfliegt ohne buff tja ich weiß nicht was dann passiert könnt ihr gerne in die kommentare posten quest ist dann abzugeben bei generalen starrstoß in aschkahit an dieser stelle ich hoffe mein video konnte euch helfen falls ja könnt ihr gerne auch mir helfen einfach indem ihr das video positiv bewertet und oder meinen kanal abonniert dafür blende ich euch auch hier in der mitte so ein abonnieren knopf ein und in den kommentaren gibt es den link zu meinem twitch kanal könnt ihr auch gerne vorbeischauen ich wünsche euch noch einen schönen tag und viel erfolg ciao